Herzlich willkommen zu einem neuen Video von dem Bike Boyz mal wieder in unserer Haugstatt, also am Hometrail. Ich habe alle Aufkleber von meinem Fahrrad weg, ist noch ein bisschen Klebereste, den muss ich weg machen, da gibt es da so ein spezielles Spray, aber das hatte ich nicht. Und wir haben hier ein bisschen gebaut, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, ja eigentlich sollte es euch auffallen. Hier hat es noch her und unten hat es noch einen großen Sprung. Also, leg mal los. Also, leg mal los. So, also, wir gehen jetzt gleich schon. Ich fahre jetzt nur noch einmal die Chicken Line, einfach nur am Schluss. Und ja. So, also. Also, in der Infokarte tue ich noch jemand rein, Nico MTB, der sitzt da wahrscheinlich noch in der Schaukel, zieht der gleich. Der hat eine neue GoPro Hero 7. Und macht heute, glaube ich, sein erstes Video auf YouTube. Und folgt ihm auf jeden Fall mal. Abonniert ihn.